O die Schornsteine, auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes, als Israels Leib zog, aufgelöst in Rauch durch die Luft, als Essenkehrer ihn ein Stern empfing, der schwarz wurde, oder war es ein Sonnenstrahl? O die Schornsteine, Freiheitswege für Jeremias und Hiobs Staub, wer erdachte euch und baute Stein auf Stein den Weg für Flüchtlinge aus Rauch? O die Wohnungen des Todes, einladend hergerichtet für den Wirt des Hauses, der sonst Gast war! O ihr Finger, die Eingangsschwelle legend, wie ein Messer zwischen Leben und Tod! O ihr Schornsteine, O ihr Finger, und Israels Leib im Rauch durch die Luft! Frau und Israels Leib-karriет 2. Untertitelung des ZDF, 2020